Mit dem neuen Tolino-Schein erleben Sie maximale digitale Lesefreiheit. Warum? Der E-Reader verbindet die Kompetenz der großen deutschen Buchhändler mit dem technischen Know-how der Telekom zu Ihrem Vorteil. Dank seines offenen Systems sind Sie nicht an einen Buchhändler gebunden, sondern können Ihre E-Books kaufen, bei wem Sie wollen. Der Preis-Leistungssieger der Stiftung Warentest bietet Ihnen mit gestochen scharfer Schrift höchsten Lesekomfort wie auf Papier und darüber hinaus jede Menge Funktionen, die sich kinderleicht bedienen lassen. Das hochauflösende E-Ink Pearl Display mit 16 Graustufen und optimierten Schriftarten bietet sogar bei direktem Sonnenlicht einen uneingeschränkten Lesegenuss. Augenschonend und ohne lästige Spiegeleffekte. Dank des zuschaltbaren Leselichts können Sie Ihre E-Books auch bei diffusen Lichtverhältnissen genießen. Die reflektionsfreie Beleuchtung des 6 Zoll Displays ist stufenlos anpassbar. So können Sie auch im Dunkeln flimmerfrei lesen. Wenn Sie beim Lesen auf ein Ihnen unbekanntes Wort stoßen, können Sie es mit der Wörterbuchfunktion blitzschnell auf dem Tolino-Schein nachschlagen. Die Bedeutung der Fremdwörter wird Ihnen auf Wunsch direkt beim Lesen angezeigt. Der Tolino-Schein ermöglicht Ihnen außerdem, Ihre E-Books nach Lust und Laune zu ordnen und individuelle Sammlungen anzulegen. So verlieren Sie auch als Viehleser nie den Überblick über Ihre digitalen Bücher. Auch das Hinzufügen und Löschen von E-Books funktioniert mit dem Tolino-Schein spielend leicht und unkompliziert. Wo Ihr Ladekabel liegt, sollten Sie sich gut merken. Allzu oft werden Sie es nicht zu Gesicht bekommen. Durch das intelligente Stromsparmanagement bleibt Ihr Tolino-Schein bis zu sieben Wochen lang geladen. Übrigens, für noch höheren Lesekomfort sorgt die neue Displaytechnologie des Tolino-Schein. Die Seiten Ihrer E-Books werden ohne Flackern noch schärfer dargestellt und beim Lesen funktioniert das Blättern jetzt deutlich schneller. Wählen Sie aus sechs Schriftarten und sieben Schriftgrößen. Markieren Sie Ihre Lieblingspassagen per Lesezeichen und genießen Sie grenzenloses Lesevergnügen mit rund einer Million E-Books im integrierten E-Book-Shop. Genießen Sie Ihre Freiheit mit dem Tolino-Schein. Über WLAN können Sie neue E-Books blitzschnell laden. Zu Hause und unterwegs. Der kostenlose Zugang zur Cloud bietet einen sicheren Speicherplatz für all Ihre Leseinhalte. So haben Sie unterwegs jederzeit Zugriff auf Ihre E-Books, die sich mit bis zu fünf weiteren Lesegeräten synchronisieren lassen. Lesen Sie also auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet stets an der Stelle weiter, an der Sie vorher Ihr E-Book geschlossen haben. Der Tolino-Schein setzt auf Offenheit. Was das bedeutet? Viel Freiheit und Flexibilität. Dank des offenen Systems können Sie mit dem Tolino-Schein alle gängigen E-Book-Formate mit und ohne Kopierschutz verwenden. Offen heißt auch, Sie können frei und unabhängig wählen, wo Sie Ihre digitalen Titel erwerben. Die innovative Bibliothekverknüpfung macht die Verwaltung Ihrer E-Books noch leichter. Egal bei welchem Tolino-Partner Sie die Titel gekauft haben, auf Wunsch können Sie Ihre Bibliotheken einfach miteinander verbinden. So haben Sie auf Ihrem Tolino-Schein sämtliche von verschiedenen Tolino-Partnern gekaufte E-Books auf einen Blick verfügbar. Auch mit unserer neuen Geräteverwaltung behalten Sie stets den Überblick. Die praktische Funktion ermöglicht Ihnen ab sofort die unkomplizierte Verwaltung Ihrer Lesegeräte. Tolino. Entdecke die Leichtigkeit. Jetzt bei Weltbild informieren. Online oder in unseren Filialen.